So und herzlich willkommen zu, oh komm war das bisschen verkehrt, herzlich willkommen zu neuen Fortnite Video, es tut uns leid es ist seit längerem nichts mehr gekommen, von irgend, überhaupt von irgendwas, aber naja, es sollte langsam wieder werden und ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich vielleicht nuschle oder so Ich hab schon immer irgendwie, hab ich immer jetzt noch mehr, weil ich ne Zahnspange hab, also nicht nur oben, sondern auch eine untere, die stört momentan noch, weil ich die neu hab und naja Irgendwie muss ich die Einstellungen noch mal, noch ein bisschen ändern, irgendwie fack mich das gut aus, scheiße, scheiße, ab, nö Oh, ich hab verkackt, alles, ob das jetzt hier lecker ist, scheiße Ich bin so schlecht, ey Ach komm, hinter mir war auch noch einer, meine ist das Schleif, boah, wie kam da die Grise, alter Boah, war ich jetzt scheiße, haha, okay, egal Also egal, ähm, wenn jemand fragt, was ist es, Physic, X, den CPU, irgendwas, hab ich da, ne Keine Ahnung, was es ist, okay Das hab ich aber nur bei Fortnite So, dann geh ich jetzt weiter, ich hab jetzt, warte, warum ist es jetzt mal so hell, alles Egal, auf jeden Fall, ähm, hab ich jetzt hier einstellungen bisschen runtergeschraubt, weil, eigentlich, irgendwie, da beim PC nicht will man nicht, ich glaub ich hab da irgendwie wieder in die Einstellung geholfen Was ist denn falsch Alter, was ist denn jetzt mit der Landschaft los, ich hab doch die Textur eigentlich kaum verändert, oder? Scheiße Ja, die muss ich dann ändern, wenn ich, äh, ja Da ein paar getötet hab Beziehungsweise, wenn ich da ein paar getötet Ja, das ist, mein Skill Level ist immer, oh, äh, unter, unter 1, oder? Jawohl, ich hab hier schon mal den Pumpgun Oh, da war einer, ich hab ihn gehört Was hab ich denn da, ja? Hört sich schon mal nicht verkehrt an Jawohl, da ist zum Anderschmann Blaue Tränke, jawohl, die könnte ich gleich nehmen So Okay, fest, meine Fresse, so Da ist noch so ne Oh Durchführe ich mein lieber Oh Gott Hahahaha Ach du Scheiße, Alter, ich häng mich Alter, meine, 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 hey, shit Boah, ich hab aber gar keine Skill, ne, ist, äh, traurig, aber gut Das kommt weg Das kommt weg Das kommt weg Das kommt weg, das kommt weg Du, ja wohl bin level up Was ist das irgendwo Das kommt weg Das kommt weg Das kommt weg Das kommt weg aber da war 0 ja, gut level ab so, ich bin gespannt, wann ich endlich mal dazu kommen da ein bisschen weiter zu kommen weil damals mit meinen Kollegen ging es ziemlich gut aber ich hatte teilweise 9 bis 12 Kills pro Runde im Team, also das heißt die anderen waren auch nicht schlecht beziehungsweise üblich haben voll rasiert ohne Scheiß jetzt aber dann haben wir mal eine gewisse Zeit aufgehört und dann ja war alles für den Arsch wir haben das alles geschafft, obwohl wir nicht bauen können einfach nur mit Raketenmeerfahr rein 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 und alle einfach 2 haben geschossen 2 sind reingerasht, fertig ganz easy also irgendwie ging das voll aber jetzt alleine bin ich irgendwie ziemlich am Arsch richtig genug aber gut wenn man nicht bauen kann, ist mir so schlecht, also von dem her aber ja und der einen Gott, der hat mich grad echt getrollt ne der war richtig als ob der Scheiß jetzt oben ist und wieder eine Nachricht jawohl nicht oh ne so oh mein Gott oh ho 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 yeah yeah ach so dann würde ich sagen nehm ich kurz dran sicher ist sicher und ich brauchte jetzt nur noch ne Stummgewehr oder sowas und der ok lass mal kurz voll in der Zone drin saugeil mega geil ok jetzt schauen wir mal ob da irgendwie ein find alles nachgeladen was sagst du schon wieder ja ich seh hier kein und hör keinen also ne ein Stummgewehr oder sowas wär schon mal komm ich den fahren ne wär schon auf jeden fall oh Gott Bitsch Bitsch dann hab ich mir das so baut und dann komm mir jetzt schon das kotzen ne HÖ Bitsch 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 Was hat denn der jetzt gerade versucht Bitsch Also er hat ja richtig umsichtig draußen hingestellt Oh Jawoll Guck Ah guck haben wir schon mal einen gehör ne Na das ist ja obwohl der eine wär wahrscheinlich auch meiner gewesen dann der allererste aber gut Hä wo ist denn der ich bekomme die Krise Da ist sie ne ne er hat sich nicht rendiert ne bald nicht Oh Da war noch einer Da war noch einer Wo ist der Den hab ich gehört Der war jetzt auf meine Schütte bis er mich hörte und mich und schauen kann wo wo ich denn bin was er hören kann Oh der hat mich eh schon gehört normalerweise ne Scheiße Wie mach ich denn das jetzt Wie mach ich denn Oh sorry Wie mach ich denn Oh sorry Jetzt wo es vielleicht ein bisschen wichtiger wird Jetzt wo es vielleicht ein bisschen wichtiger wird Da war auf jeden Fall noch einer Egal egal ich Ich baut jetzt einfach La di la Conicor jetzt nicht2015 Na da Geht an die scheiße jetzt nicht ich habe voll rendiert, jetzt dass ich da hochkomme oh, fickt mein Leben entdeckend ist da wirklich noch eine, wo die drin kämmt darauf fahrt, bis einer reinkommt und tötet aber so Camper im Fotzen hasse ich einfach pass auf dir und du geh einfach rein und tötet ihn oder? ist er noch da? ich sehe und höre nichts aber das ist noch eine Kiste, das ist gut entweder hätte die Kiste nicht gehört und ist gegangen oder erwartet bis dass einer zu der Kiste hochkommt das könnte natürlich auch sein aber ne ich bleib da bei mir der kann wirklich sonst was machen, mir scheißegal ja ok, hier gibt es nicht mehr was ist das denn? oh, ist ja nicht so ein Healding die Healwaffe oh ne, die könnte ich mir tatsächlich sogar holen wär sogar auch nicht so dumm ich hab so ein Medi-Dinger aber so, immer so ist aufgeladen, jawoll die Kiste wollen wir uns auch gleich noch oh, sind's kaum mehr die Frage ist, sind da drüben oder ist das die sind die oben? nein, die sind da aber da ist einer von der Kondition will mal mehr und da oben dann noch dann würde ich sagen gehe ich in die Zone schon Richtung Mitte also, ein bisschen wie der Kiste wissen was ich meine kann mich nicht mitnehmen, scheiße finde ich die Waffe auf jeden Fall wichtiger viel wichtiger so, jetzt kommt ihr eh schon ja, moin, da hab ich gar nicht geguckt aber jetzt muss der doch rauskommen oder nicht? oh, der ist schon raus oh, der ist schon raus aber irgendwie glaub ich nicht, dass da noch einer war aber das hätte sie ihn gebracht würden und da jetzt gekämpft hätte weißt du? ne ach, safe nicht safe war da keiner mehr oder? scheiße ach,gott das war ach, boah den hab ich nun ordentlich gegeben ja Als ob der so das Verbandskäst... äh... Verbandszeug auch ähm... droppt. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, ja. Warte, wo habe ich den jetzt getötet? Ich weiß es nicht mehr, ach da unten, genau. Oh, der hat eine Ska! Oh mein Gott! Oh, die schmeckt ordentlich. Habe ich jetzt keinen blauen Ding mehr, aber den habe ich trotzdem... Trotzdem gut gegeben, muss ich zugeben. So wie ich es meiner Freundin immer gebe. Nein! Nein! Oh-ho-ho-ho! Bruder! Da muss ich aber ordentlich los! Oh-ho-ho-ho! Oh, scheiße, alter! Boah, der hat denn ja nichts mehr zu melden, ne? Scheiße. Und das sind ja... Fuuuck! Das sind ja Aufnahmen, ne? Boah. Mann! Ist das awesome. Auch wenn jetzt irgendwie bald demnächst sterben sollte, die Kills waren geiler. Zumindest der eine des Sniper-Schuss war auf jeden Fall jetzt für meine Verhältnisse doch eigentlich schon ziemlich okay. Boah, hab ich den gegeben, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob ich noch irgendwo einen auf dem Weg finde. Da waren schon welche, auf jeden Fall. Oh, den Trank. Der wäre doch schlecht. Nicht schlecht, aber ne. Ich muss dazu, ne? Fuck. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Was wollen wir das, wenn ich da drüber spinne? Nichts, oder? War nicht mal weg. Da. Was hab ich da? Ne. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Das ist ein Bündchen. Da war ein Fisch da vorne, oder? Ja, das war ein Fisch. Das war kein Gegenstand. Das ist nicht. Okay, ich bin schon wieder in der Safe-Stone, auf jeden Fall. Jetzt freut mich noch, ob hinter mir noch einer kommen sollte. Ne. Sieht nicht so aus, oder? Nein. Gut. Dann. Fuck. Okay, da ist ein Ding. Da kommt auch eine Kiste. Da will ich aber jetzt gar nicht drauf geiern. Da ist einer, oder? Da sehe ich einen, oder? Ja, wie ich da einen sehe. Scheiße. Er hat da noch draufgegeiert. Das war dir mal. Wo ist der? Machst du mal den Sniperer weg, oder? Come on. Habe ihn. 100 Schaden. Okay, er hat schon mal gut kassiert, der Wichser. Sehr gut kassiert. Jetzt muss ich nur schauen. Ob der jetzt nochmal rausguckt. Oder nicht. Ob der jetzt muss er noch rausgucken. Da habe ich glaube ich was gesehen. Jo, alte Mann. Ich war beim... Mal, alter. Ja, ne. Ich bekomme da jetzt einfach alles, ne? Naja, gut. Dann wird das halt eben eine kleinere... Ob ich jetzt neulter war? Damit war jetzt eine kleinere Folge... Aber klein, aber fein. Sagt man doch immer so schön, oder? Also halt rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.